Ich stelle jetzt ein sehr interessantes Projekt von Hanna vor. Das ist Design-Idee. Angefangen hat alles mit den Janomami, Volksgruppe aus Brasilien und Venezuela. Ihre Körperbemalung und das Bewusstsein über die Natur als Freund bewegten mich dazu, eine Gemeinschaft zu gründen, die genau das tut und verfolgt. Als Handwerk wollte ich das Sticken erlernen, da ich es als Möglichkeit sehe und darzustellen und es gleichzeitig tragbar sein kann. Stickerei bildet ein unglaubliches Feld an Techniken und Materialien. Beeindruckt haben mich schon immer die Schönheiten und Farben der Natur und ihre Leichtigkeit. Nun hatte ich ein Werkzeug, es darzustellen. Der Tüll fiel mir dabei durch Zufall in die Hände. Die Feinheit und die Durchsichtigkeit des Stoffes bildet, mit der eine Sticktechnik, die ich ausarbeitete, die perfekte Kombination Faltung und Schichtdunk verschiedener Tülllagen ergeben. Naja, sie schreibt auch etwas über die Zerbrechlichkeit der Natur und dann entschied sie sich für die Drapierungen, wie sie das im Einzelnen technisch macht. Und das Projekt stelle ich jetzt vor. 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 Vielen Dank.